Wir sind täglich von einer Vielzahl an Klängen umgeben, die sich in der Luft vermischen und die unser Ohr auch als dieses Gemisch erreichen. Wir als Menschen hören aber in der Regel nicht dieses Gemisch, sondern einzelne Komponenten davon oder Schallquellen. Das bedeutet, dass unser Gehör dieses Gemisch in seine Bestandteile zerlegen muss, sodass wir uns dann auf die einzelnen Komponenten oder eben Schallquellen selektiv fokussieren können und unsere Aufmerksamkeit darauf lenken können. Ich bin Martin Lindenbeck, Doktorand in der Arbeitsgruppe Psychoakustik und Experimentelle Audiologie am Institut für Schallforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Wir benötigen selektives Hören ständig, zum Beispiel im Kaffeehaus, wenn wir uns mit unserer Begleitung unterhalten möchten und dabei alle anderen Geräusche ignorieren. Ebenso auch Familienfeiern, wenn wir uns mit einer Person unterhalten möchten und dabei die anderen Personen nicht so wichtig sind. Am Bahnsteig, wenn wir eine Durchsage verstehen möchten, auch wenn ein Zug an uns vorbeifährt oder auch im Konzert, wenn wir uns auf ein Instrument oder eine Stimme konzentrieren möchten und dafür die anderen Stimmen kurzzeitig in den Hintergrund treten. Je nach Art der Quelle, sei es eine Sprecherin oder ein Musikinstrument, werden verschiedenste Aspekte des Schalls vom Gehör ausgewertet. Dies kann zum Beispiel Sprachinformation sein oder auch Informationen über die Tonhöhe oder auch Informationen über die Richtung, aus der der Schall kommt. Der Frequenzinhalt des Schalls wird zu jedem Zeitpunkt analysiert und gruppiert. Eine wesentliche Helferin bei dieser Gruppierung ist die Cochlea, die den Schall in seine Bestandteile zerlegt und diese Bestandteile einzeln über den Hörnerv ans Gehirn weiterleitet. Die gesunde Cochlea hat viele essentielle Eigenschaften, die wir für das selektive Hören benötigen. So erhöht sie aktiv die Präzision, mit der wir den Schall in seine Bestandteile zerlegen können und ermöglicht es uns daher, auch mehr als einen Klang gleichzeitig voneinander trennen zu können. Diese einzelnen sogenannten auditorischen Objekte, zum Beispiel eine Silbe oder eine musikalische Note, werden dann über die Zeit gestreamt. Auf diese Objekte können wir auch selektiv unsere Aufmerksamkeit lenken und uns so auf einen Teil des Klangs fokussieren. Normalhörende hören sehr gut selektiv, was sich allein daran zeigt, wie wenig bewusst uns dieser Mechanismus im Alltag ist. Bei Hörgeschädigten liegt in der Regel eine Schädigung der Haarzellen im Innenohr vor. Dieser meist teilweise Ausfall der Haarzellen führt dazu, dass Hörgeschädigte den Schall schlechter in seine Bestandteile zerlegen können und daher auch deutlich schlechter selektiv hören. Ein Beispiel hierfür wären Großeltern, die trotz Versorgung mit Hörgeräten geistig auf einer Familienfeier abschalten, da sie sich nicht länger auf ihre Gesprächspartnerin fokussieren können. Bei Cochlea-Implantierten sind die Haarzellen mehr oder weniger vollständig ausgefallen, was bedeutet, dass sie entweder schwerst schwerhörig oder taub sind. Dieser Ausfall der Haarzellen hat auch Auswirkungen auf die Fitness des Hörnervs. Grob gesagt bedeutet das, dass je länger man taub ist, die Fitness des Hörnervs immer weiter nachlässt, was in der Regel bedeutet, dass die Hörpräzision nach Implantation geringer ist. Darüber hinaus hat das System Cochlea-Implantat technisch-physiologische Grenzen, die man nicht so leicht überkommen kann. Das bedeutet, dass Cochlea-Implantat-NutzerInnen in der Regel mindestens so schlecht selektiv hören wie Hörgeschädigte. Cochlea-Implantate sind die erfolgreichsten Neuroprothesen. Weltweit sind bereits mehrere hunderttausend Menschen implantiert, Tendenz steigend. Das Implantat besteht aus zwei wesentlichen Teilen, einem inneren Teil, dem eigentlichen Implantat, und einem äußeren Teil am Ohr, der oftmals einem Hörgerät ähnelt. Der implantierte Teil besteht aus einer Anordnung von in der Regel ein bis zwei Dutzend Elektroden, die chirurgisch in die Cochlea implantiert werden. Diese Elektroden stimulieren direkt den Hörnerv und umgehen dabei das Außenohr, das Mittelohr und Teile des Innenohrs bis zu den Haarzellen. Jede Elektrode überträgt hierbei nur die Frequenzen, die am Ort, an dem sich die Elektrode befindet, im gesunden Gehör von den Haarzellen übertragen worden wären. Dadurch versucht das Implantat, das gesunde Gehör möglichst gut zu imitieren. Der äußere Teil des Implantats ist im Wesentlichen ein Prozessor, der den vom Mikrofon aufgenommenen Schall in seine Bestandteile zerlegt und an die einzelnen Elektroden weiterleitet. Hierbei imitiert der Prozessor die Verarbeitung des Außen-, Mittel- und Teilen des Innenohrs und versucht auch, das gesunde Gehör so gut wie möglich zu imitieren. Die Übertragung vom Prozessor zum implantierten Teil erfolgt kabellos mittels magnetischer Induktion. So ist der implantierte Teil jederzeit vor äußeren Einflüssen geschützt. Die Anzahl der implantierten Elektroden ist sehr gering. Daher ist auch die Frequenzauflösung von Cochlea-Implantaten gering. Die Elektroden folgen der Windung der Cochlea und liegen daher in einem gewissen Abstand zum Hörnerv. Bei der Überbrückung dieses Abstandes breitet sich der elektrische Strom, welcher vom Implantat in Form von Pulsen ausgesandt wird, über weite Teile der Cochlea aus und stimuliert daher mehr Nervenzellen als gewollt. Diese ungewollte Ausbreitung des Stroms sorgt dafür, dass sich Elektroden einander übersprechen. Das bedeutet, dass eine Nervenzelle nicht nur von einer, sondern von mehreren Elektroden stimuliert wird. Diese sogenannten Kanalinteraktionen verschlechtern das selektive Hören bei Cochlea-Implantat-TrägerInnen weiter. Selektives Hören kann sowohl Hardware- als auch softwareseitig verbessert werden. Hardwareseitig könnte man zum Beispiel den Abstand der Elektroden zum Hörnerv verringern, was allerdings nicht leicht zu erzielen ist. Wir im Institut für Schallforschung befassen uns mit der softwareseitigen Verbesserung des selektiven Hörens. Hierzu führen wir Studien durch, in denen wir versuchen, die Mechanismen des sogenannten elektrischen Gehörs, also des Hörens mit Cochlea-Implantaten, besser zu verstehen. Bei unseren Studien verwenden wir spezielle Signale, mit denen wir die einzelnen Teilaspekte des elektrischen Gehörs erforschen können. Ein Fokus liegt dabei auf der Erforschung der Kanalinteraktionen, ihres Ausmaßes und auch der Möglichkeiten zur Reduktion. Ein besseres Verständnis dieser Mechanismen erlaubt sowohl uns als auch anderen ForscherInnen die Entwicklung optimierter Stimulationsparadigmen mittels derer sowohl derzeitige als auch zukünftige NutzerInnen von Cochlea-Implantaten die Möglichkeit bekommen, besser selektiv zu hören, da ihnen mehr Informationen über den akustischen Schall zur Verfügung stehen. Forschung mit Cochlea-Implantierten funktioniert grundsätzlich ähnlich wie Forschung mit Normalhörenden. Nur dauern die Studien bei uns deutlich länger, da Cochlea-Implantierte unterschiedlich gut hören, was bedeutet, dass wir die Experimente individuell anpassen müssen. Bei uns hören Implantierte immer spezielle Töne und wir stellen ihnen eine Frage, auf die sie antworten müssen. Aus ihren Antworten können wir herauslesen, was sie gehört haben und was sie auch nicht gehört haben. Bei uns im Labor können die Implantate direkt an die Messsysteme angeschlossen werden, wodurch wir nicht auf die Prozessoren der Hersteller angewiesen sind. Dies ermöglicht uns einerseits eine große Unabhängigkeit von den Herstellern und andererseits eine Messpräzision, die es nur wenige Male auf der Welt gibt.